Zaufuß Leute, so das mit dem Test. Knallfrische Kaliber B von Funke, NM, 8 Gramm auf 5 Stück, mit grauer Lunden. Soll er da eigentlich herneden, bekommt sie. Aber ich selber habe sie nie gefüllt, sagen wir so. Aber du hast ja da letztens einen Tee gehabt, das war ja eher der fettleibigere, der war noch nicht so der Huck. Der war nicht mehr so spätlich. Das ist eben mein. Dann schauen wir mal ab, wie ist mit Hucken. Du hast nicht mehr zwei gleichzeitig in die Hand nehmen, nach dem Video mit der Gran Lunde. Je nachdem, je nachdem bei was. Oh, der kriegt immer gut. Boah, der ist gar geflogen heute. Zwar netter fast. Hat der aber nichts, ne? Mir ist der Booster erst gegangen. Ja, so wie mir oft, ne? Jetzt weiß ich sogar, wer letztendlich ist, ne? Oh, der hat aber nicht lange gekriegt. Ja, der zerlegt zwar teilweise ein bisschen. Vielleicht haben die zu viel Kraft. Der erste war super. Ja. Ja, und der letzte. Die lange Karte jetzt hibst du noch mal. Schön, oder? Ja, ich schau mal so. Das ist ja noch Knallfräscher. Das passt. Das ist ja ganz nett. Aber das war's auch schon wieder gewesen. Also bis zum nächsten Mal und servus.